Oho, ein junger Mann aus der Stadt. Segen Sie mal, stimmt's wirklich, dass das Wohnen bei euch so dörr ist? Das ist doch wirklich eine Schand. Manche Familien zahlen mehr als die Hälfte vom Verdienst für ein Dach überm Kopf. Da muss doch einmal einer was unternehmen. Und ich weiß auch schon wer. Der Rich, der macht das. Der ist cool, man. Ja, der Berg, 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 bist zwar als Land ein Zwerg, 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 kleiner Bär. Oho, joo, joo, hoo, 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 hoo. Wir müssen jetzt körig in den gemeinnützigen Wohnbau investieren. Damit alle eine Unterkunft haben, in der sie sich wohlfühlen und diese sich auch leisten können. Joo, joo, hoo, 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 hoo.